So Leute, ich brauche mal Input jetzt. Mit den ewigen Jahresrückblicken können wir uns nicht mehr lange über Wasser halten. Was haben wir? Jürgen? Ich habe irgendwo eine Pressemitteilung von Werbe Weischer. Irgendwas über Flexibilität im Kien. Das war Just und Brandes, aber egal. Die sind ja auch Weischer Mediengruppe. Das war irgendwas mit Flexibilität in der Journey oder so. Nein, das war was mit Weischer im Namen. Moment. Weischer Media. Oder Weischer Solutions. Oder Weischer Dingens. Aber wer von denen genau war jetzt besonders flexibel? Flexibel sind die offenbar vor allem beim Namen. Aber sind das nicht eigentlich zwei Brüder? So, ich habe es endlich. Weischer Online. Flexibilität. Ne, ist eine Stellenanzeige. Wir haben es euch nicht einfach gemacht. Ab sofort heißen wir nur noch Weischer. Ohne Schnackel. Dafür mit Welle. Oder wir schicken einfach den Kaminski nochmal los.